In diesem Video zeige ich euch, wie man hier eine Fahrkarte an dem neuesten Fahrradautomat der DVG kaufen kann. DVG ist die Duisburger Verkehrsgesellschaft und hier kann man sogar Rechnungen der Stadtwerke bezahlen. Zum Beispiel hier wie beim Vorredautomat, wir möchten jetzt ein Ticket der Brustufe B kaufen. Da drückt man hier auf... Ich muss mein Ticket vorzeigen, Lotto. Kannst du es mal eben oben rausholen? Das Ticket kostet auch hier 5,50 Euro. Ja, ansonsten müssen wir aussteigen. Und dann... Und dann hier kann man noch... Und hier kann man noch zusätzlich mit... Mit Geldschein ein bisschen irgendwo... Und mit so... Und mit der Geldkarte und der Schirograd bezahlen. Und das war's.